So, hallo Leute, zocken am Dienstag, was geht ab? Weiter geht's mit Pokémon! So, kriegen wir die Fenster ein bisschen rumschiefe. So, da ist jetzt immer wieder das viele Augenahme. So, wir starten mit Pokémon und später spielen wir dann wieder Sea of Thieves oder Dead by Daylight. So, was sehen wir dann? Stimmt, wir waren auf Route 216. Weil wir CoolCut gefangen haben. Und sie mich auf die Fresse gekriegt haben. Hä? Ach, weil das Ading verrutscht ist, ich dachte, ja, what the fuck. So. Dann kämpfen wir jetzt mal noch Blitzer. Ach, du Scheiße, schon wieder als Trainer. Entoron. Es ist nett, gut. Na, Brudi muss los, Mann. Oh, fuck. Und die, wo effektiv sind, die hab ich nicht mehr. Hä? Hm. Das ist echt blöd, ne? Das ist echt blöd, ne? Alter, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ist es viel schon psycho? Ist wirklich gut, ne? Nee, das ist nicht. Und auch die, die effektiv wären, die hab ich alle in dem MC. Weil ich die aufgrund von der Levelbeschränkung nicht benutze darf. Das ist so doof und ärgerlich, ne? Okay, das Muggle-Bomb ist so easygoing, so. Schweif! Case-Level-Cams ist so 40 gewesen, ne? Das wird's langsam kritisch. Ich bin gespannt, was ich auch am Besch gegen die Arena-Leute mache. Ja, lol, kannst du sie heilen? Oh, ja. So, gut. Da wär' eigentlich das Ponyta besser, ne? Das kann man tendenziell besser, der Arschreiter, aber... Oh mein Gott, das kann man 15... weitergeht. Da, schiefere Chalz. Los geht's! Sneeble? Flammenwurf, weg das Viech! Was mach ich, wenn die jetzt auch noch wegfallen, ne? Dass man den P-Teil nicht ausstellen kann. Das wär so viel besser. Jetzt brauchen wir nämlich immer Backup-Pokemon eigentlich. Prügler. Skepsychow? Ach, das ist Fehl jetzt, ne? Sieht man's mal wieder anders, gemeldetweil es so viele Pokémon. Ey, jetzt kannst du ja nicht mehr Blicke. Oh, scheiße, mach schon. Egal. Mh... Oh, mal Copperfield da, Mann. Alter, das wär One-Shot gewesen. Nein! Copperfield verloren! Oh mein Gott! Alter! Wie im Hagelsturm! Warum... Warum kann das Vieh abschlagen? Und warum macht das so viel Schade? Nein, wir konnten's nicht mehr zu nem Simsala machen. Oh mein Gott! Wir konnten's nicht mehr zu nem Simsala draus machen. Ach, du Scheiße, ey. Das wird's nicht ganz geil, ne? Es wird's nicht ganz geil, ne? Ich bin richtig geschockt, ne? Wenn der Hagelsturm gewesen wär, hätt ich ihn raus holen können. Ich bin richtig geschockt, ne? Ich bin richtig geschockt, ne? Die Körnern die ganze Zeit nix. Die bauen nur Scheiße, die andere Trainer. Und da kommt außen nichts, kommt einer und zerstört sich einfach. Und da kommt einfach. Und da kommt einfach ein wenig und da kommt einfach ein wenig und da kommt einfach ein wenig und da zerstört sich einfach. ich bin richtig geschockt na ich glaube man merkt er wird eigentlich echt ein guter satz ich glaube die können halt auch psychokinesen lande rote 217 ok aller hat der schneesturm des todes ich kann mich halt auf keiner hätte so richtig verlassen alter die aufnahme gibt zehn minuten wir haben direkte pokémon verloren fuck ok ok dann probieren wir mal prügeln Ey, ich müsste was... was ist bürde? Ich müsste eigentlich versuchen, das direkt zu entwickeln, wenn ich kann, ne? Also betrefft es eben, ich darf nur den hohen Schaden zu... Okay, wir machen mal einen Horrorblick. Ich glaube, ich... was? Hypnose könnte man echt noch gebrauchen. Oh, Alter, was ist mit deinem Pokémon los? Oh nein! Das ist 42, dann dürfen wir danach gar nicht mehr benutzen. Oh, das ist jetzt richtig scheiße, ne? Ich glaube, das war's mit unserem Run. Oh, da muss ich jetzt mit Pokémon aus der Box kommen. Die halbwegs hohes Level haben. Ist zurückgeschreckt, Alter. Alter, die Trainer hier sind ja übel. Wie kann das sein, dass ich schon wieder zurückgeschreckt bin, Mann? Ist der nächste, wo krepiert, oder was? Oh Gott, das heilt sich doch bestimmt, ne? Oder irgendwie so ne Scheiße. Da macht's dann fest, dass ich einfach so ne abartige Schade krieg. Jetzt macht's das natürlich wieder schneller, ja klar. Jetzt macht's das natürlich wieder schneller, ja klar. Und jetzt macht's das natürlich wieder schneller. Nitro-Ladung? Oh, das ist cool. Oh, Rambos von Trüffel, Alter. Ja, ich hab's geglaubt. Oh, Rambos von Masse im Körper eher schwerer. Im Vergleich dazu ist es, desto stärker ist die Attacke. Okay. Ja, das ist ganz spannend, Mocke. Apropos das. Und Sandsturm. Das hat mich jetzt auch gewundert, wenn das viel schneller gewesen wäre. Ja. Das entwickelt sich sehr schön. Das kann sich auch jedes Hindernis hindurchbewegung versteckt zwischen Wänden, um seine Gegner zu beobachten. Oh, keine Psycho, ja geil, finster Faust, oder? Ausweichen. Unmöglich. Okay. Drei sechzig, oh Gott. Spezial ist halt viel besser, ne? Hi. Hi. Weißt du, ob noch wer kommt? Ab neun die Laura. Das ist so lange Aufnahme von Pokémon. Kannst du uns empfehlen? Ja. Die Remakes? Ja. Tendeziell, ja. Du musst dir es halt gefühls selber ein bisschen schwerer machen und dann ist es echt gut. Ja, gut. Mein Problem ist halt, dass ich niemanden wirklich habe, mit dem ich spielen kann. Ich will halt nicht einfach Story durchrennen, da kann ich auch das alte Spiel spielen, weißt du. Ja gut, ich sag mal, zur Langzeit-Motivation behaupte ich, ist ein Schild besser. Also du kannst dir in deiner Remakes bestimmt auch gut die Zeit vertreiben. Das ist halt die Vorgosche, die Grundspiele damals gezockt. Ja klar. Ja okay. Also ich hab halt wirklich Spaß drauf, muss ich sagen. Aber es ist halt Pokémon. Ich spiele es halt auch in so einem selbst unverlegten Nutzlok-Ding. Ja, das macht das auch noch mal spannender, weißt? Ich wär von nur durchzufetzen und... Haha, ich bin C-Level höher als ihr, also... Mir ist ihr wahre Pokémon wieder verreckt, also... Tendenziell kann ich es halt empfehlen. Okay, und was hast du jetzt für ein Spiel? Äh, ich hab Diamant geholt, bitte. Ich hab mir auch überlegt, Diamant zu holen, aber das hab ich halt schon gehabt. Und deshalb bin ich zum Überlegen auf Pearl umzusteigen. Ja, das hab ich mir auch dummens überlegt, aber... Das ist mal der Mats hat mich ja gefragt, was ich mir hole will. Er holt das Gegenstück. Ey, ich hasse Palkia. Ich find Palkia ist so ein hässliches Pokémon. Deswegen hab ich gedacht, ja, fuck it. Ähm, dann holst du mir jetzt halt wieder Diamantwirscht. Ja, ich hab mir halt überlegt, ähm, bei den, ähm, Exclusives, gefallen mir halt die, ähm, Legendaries bei Diamantwirs. Aber... Ich findest ja eh erst ganz am Ende. Von daher... Hab ich halt gedacht, das muss jetzt nicht so viel unterschieden sein. Na, was schlache, welches Vieh es wo gibt. Deshalb schlache ich später mitgekriegt und... Ich glaub, die in Pearl find ich tendenziell auch cooler. Aber, wie gesagt... Oh Gott, ich hasse Palkia so sehr. Ne, ich mein ja, ich mag die in Diamantwirscht mehr. Die, ähm... Die, ähm... Die Hunde... Nt, Raikul und so. Ja. Das war mit Hoho. Im Gegensatz zu Lugia und den Vögeln. Und ich will Lugia halt viel viel cooler. Ja, ich... Ich eh nicht so. Ich muss erst sagen, ich fand diesen Chibi-Look echt gewöhnungsbedürftig. Obwohl ich tendenziell nichts dagegen hab. Ähm... Ja, ist einfach Gewöhnungssache. Ich hätte den Look halt, wie du in der Camp vorst, gerne die ganze Zeit. Und... Weil sie alle immer... Ich... Unter anderem auch gesagt haben... Oha, Pokémon in 3D, ne? Ich find dieses... Aber... Diese isometrische Ansicht, wie es jetzt wieder ist... Das gefällt mir viel mehr. Hm. Ja, ich hab's die Verkappnis bei... Ähm... Ja, da bin ich auch schon wieder richtig skeptisch. Äh, ich ess mal. Ich komm dann später wieder. Ja, das ist klar. Ja, bis später. Bis später. Bis später. So, jetzt... Wir haben Kraxler gekriegt. Stimmt, ich tage. Das Gegner verwirrt. Wickelsturm. Mhm. Sneebel kann Surfer-Aligner? What? Aeroarth? Heilige Scheiße. So. Oh Gott. Warum kommt jetzt die Typen gegen die Schnicks ausrichten kann? Nitro-Ladung! Ich muss schnellstmöglich in die Arena, ne? Dass ich die andere wieder benutzen kann. Jawoll. Hagelsturm warm auf meiner Seite. Und jetzt schon Koffer viel weggerobbt hatte. Das Kampfgut gegen Unlöscht. Äh, 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 äh. Mein Kopf sagt ja. Ja. Ich glaub, das wär echt scheiße jetzt, ne? Wenn mir Cerberus verreckt, hab ich ein riesiges Problem. Das mit Copperfield war schon blöd. Jawoll, Fußtritt, ich hab nimmer Füße, Junge. Na, weggesteppt das Vieh. Wie gefährlich die jetzt aber waren, ne? Na, Hydro-Bombe. Ne, danke. Dass der Kettrache gut gelernt hat, ne? Das wundert mich grad so bissl. Ich mein, bringt mir Stand jetzt halt auch nix mehr, aber trotzdem. Na, verfehlt natürlich. Schon wieder verfehlt? Was? Oh nein, das Fiesflug. Oh Gott. Komm, jetzt triffst du mit deinem blöden Nassschweif, Mann. Es kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, wenn das so vorgeschmackt ist, die Liga ist in der Klasse. Das ist ja nur musische Trainingssession machen, ne? Ganz ehrlich. Dann schnapp ich mir halt... Oh nein, da steht noch nass, Trainer. Ja, da muss ich mir halt einer aus der Box suchen, der die wenigstens wegklatschen kann. Einer von der Tote. Dann kann ich schon unter Grund gehen und trainieren. Ja, das Nasslock-Ding, das muss man sich halt bissl... Dehnen. Gott, diese hakelkörner. So, probieren wir's mit Prügler. Oh scheiße. Drei. Vier. Fünf. Oh fuck, Alter. Wird das ne Wasserattacke gehabtet? Ah, ich wüsste wieder nicht. Ich mich gescheit auf den Stuhl setzt, ne? Bin ich überhaupt immer noch gute 270. Also tendenziell können wir nur das Vieh fangen. Und das haben wir schon. Ich überlege aber grad, das Ding umzubringen, ja? Für die Erfahrungspunkte, ne? Das Stärkrufe. Hm. Was könnte das sein, ne? Okay. Ey, dieser blöde Schnee, ne? Das ist ein nettes Feature, aber... Geht's hier weiter? Oh, neues Pokémon. Das dürfen wir fangen. Ein Schneebedeck! Hm. Probieren wir's nur. Ist ja gut, Slip noch. Oh! Oh! Das ist ja gut. Oh. 보다 viel besser ist. Ja? Das stimmt, ja? Das ist ja gut. J辦法 die personne gestorben, Training zu sein, Die Polizei hat ihn im Schlüssel. ja sehr gut so haben wir nochmals ist die alle täglich der firma das stadt der warte von brunzel entwickelt sich trüffel die alte glocke es würde nach 2000 jahren schlaf bei grabung auf eine baustelle entdeckten so weltweit für schlagzeilen so dass man nicht abhauen kann hier kommen braucht kein mensch so hat er es auf schneebedeckten bergen zu hause ist und dort kaum kontakt zu menschen hat näher das ist diese mit großer neugier wenn man ist die alter checks bloß nicht da gibt es die arena von blitze auch das habe ich jetzt schon gepeilt aber wusste wie heißt schneebedeck auf englisch snova ok als dreamer noch so ach komm schon das gibt es nicht mal wird es über langsamer von dummen bäumen geblockt und lauter so fuck ist ja toll dass die manchmal den move haben dass sie durchschalten und hier ne aber das verlängert die kämpfe so unnötig ne vielleicht muss man so da rechts rum yo enoktu oh wie cool aber hier habe ich jetzt schon leider schneebedeck gefangen ja endlich er schon das super macht ich mit shit heute so super trank aller hyper trank man was geht ab mit über über herr niemand es ist nett für was wir es brauchen ne Oh, da passt Superschutz. Guck mal, haben wir auch nichts mehr. Ja, die reichen Töten sind hier noch. Na, wo ist das Pokémon-Sender hier? So, checken wir jetzt mal das Team durch. Das ist halt die Frog, ne? Eigentlich kann ich es ja wieder mitnehmen, aber. So, ähm. Genau, wo ist das Schnee, bitte? Was kannst du, du Eis-Spieler, Rasierblatt, Eisschwung, Geberei. Hagelalarm. Was ist Hagelalarm? Das macht doch Hagelsturm zum Start, ne? Ugh. Halt. So, in dem besten Fall glänzt jetzt unseren Cerberus in der Arena. Also da ist depthel Stories in der Arena. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Er ist dicker Illumination, alle Wow Okay Jetzt frage ich mich nur, ist die auch in der Arena? Meditalis? Ne, ich hab'n Medite, oder? Hm Das wär... Und entwickelt sich das Vieh Oh mein Gott, auf Level 37 Jetzt krieg' ich die im Level zusammen Das ist doch ein ganz mini-mini-ding Gott Hätt' ich das gemacht, hätt' ich jetzt die Gengar, ne? Hm Die Frieda Gehen wir mal zu der Grundfriede Oh nein Ein Eisrätsel, Alter Ja, ich hab'n Medite, oder? Ja, ich hab'n Medite Ja, ich hab'n Medite Ja, ich hab'n Medite es war schon richtig muss ich schon auf plattformen drunter oder was ich Ich check's nicht, Mann. Okay, das scheint ja auch schon mal richtig gewesen zu sein, ne? Hm, ich check's nicht. Oh Gott, schon wieder Astrainerin. Ajo, genaue Pelipper. Es ist scheiß Eisarena, Mann. Oh Gott, ich muss der Torque eben vergessen. Ich denk's mir eben noch. Es wär's, wenn ich euch früher, ne? Jawohl. Es ist einfach so hützlich das Gemüse, dass er einfach wegschmilzt. Was soll der Scheiß, Alter? What the fuck? Ah, hallo Mary, danke für den Host. Was geht ab? Ja, total erschrocken, wenn ich das Geräusch nicht kenne. Ach, ja. Hey, wie die immer mit so'n Furz an HP überleben, hey, ich raff's nicht. Ja, ich spiel grad Pokémon mal weiter, später machen wir mit der Truppe. Also, wahrscheinlich ein bisschen Dead by Daylight. Auch wenn mich das halt so weit im Moment gar nicht reizt, so wirklich. Ja, aber inzwischen ganz gut. Corona nervt halt immer noch, ne? Jetzt hoffe ich einmal, dass mir Kegelsteinsattacke entgegelschmettert. Ach so. Mhm. Initiative sinkt. Ich bin trotzdem noch schneller, Gott sei Dank. Oh nein, Robustheit. Oh Gott sei Dank, Kreideschrei. Alter, ab wann geht die Scheiße hier so schief? So. Ist ja klar, ich muss ein bisschen alt Weihnachtsmalen zusammen mit der 2G. Sieht da so leer aus und das Angezäune machst. Echt so hart irgendwie? Ja, das stimmt. Wir hatten, ähm, wir waren das so im September rum, gibt's bei uns immer so Straße oder Bierfest. Oh, normalerweise ist das so. Keine Ahnung, ganz viel Fressstände, noch mehr Saufstände und ganz viel Kunsthandwerker, Flohmarkt, alles halt in der Innenstadt, ne? Und letztes Jahr ist es ausgefallen, wegen Corona dem ganzen Scheiß. Und dieses Jahr sind sie dann auf die tolle Idee gekommen, hey, wir machen das, aber ohne Corona-konforme Bedingungen. Bedeutet, Kunsthandwerker weg, Flohmarkt weg, also das, was mich eigentlich interessiert, weil dort immer so ein Stand war mit Videospielen, der echt gute Deals gehabt hat. Und nur so sporadisch die Vereine im Ort, wo halt so ein paar, was weiß ich, Kaffee, Kuchen und Bratwurst und sowas verkauft haben. Und es hat original ausgesehen wie in einem Hamsterkäfig. Es war, für das, was sein sollte, war's okay. Aber, oh mein Gott, ich bin da drüber gelaufen, weil ich durch die Impfung und sowas, ne, durfte ich. Und dann auch dort eine Kleinigkeit gestern, beim örtlichen Karnevalverein. Aber, scheiße, Mann, das war... Das Lustige war halt, ach, dass so viele Leute gesagt haben, so, wo man halt vom Dorf her kennt, ich geh doch nicht hin, das ist voll blöd, und dann haben sie doch alle dort gehockt. Das war, ja. Ja, aber ich wüsste leider, ob sie es nicht mehr machen. Das war's eigentlich echt cool, aber wenn es so beeingeschränkt ist, ist es halt auch traurig. Ich meine, es soll ja helfen. Ja, das stimmt halt. Ich hab halt immer noch die Meinung, wenn viele, viele Leute nicht so mega grenzdibil wären und sich an elf-fache Sache halten würden, wie diese Maske flüchtet, etc., egal, wie sehr es jemanden auch kotzt, ich glaub, dann wär das alles gar nicht mehr so mega schlimm. Ich hab keine Ahnung von dem Rätsel, ne? Ich bin echt zu blöd. Na, das stimmt auch, ja. Oh, fuck. Ja, aber was will ich machen? Ich meine, ich bin eh nicht so der Mega-Weihnachtsmarkt-Fan, muss ich gestehe. Aber ist halt doch schon irgendwie blöd, ne? Muss man einfach mal sagen. Ey, jetzt kommen die hier nur mit Wasser-Pokémon, ne? Ey, was sollen die Scheiße? Was macht halt wirklich Spaß, einkaufen zu gehen? Wenn das mit Pass und Pässe rum... Such's mal geschenken. Ja, das stimmt. Gott sei Dank, bevor der ganze... heilige Scheiße! Bevor der ganze Fuck kam, hab ich die große Zeit schon erledigt gehabt. Weggesaugt. Ja, und recht, also Glänzigkeit hab ich dann auch über Amazon kommen losse. Hm. Ich find's halt jetzt übel, mit diesem 2G-Plus und hin und her, dass du in so einem Crucial-Lade, wie's denn bei uns gibt, wirklich ein Türsteher von der Trausteherosch. Der macht ja anders seinen Job, aber ist halt schon lustig. Und ich muss halt sagen, bevor ich mit 3D nicht intus hab, ich hab halt auch absolut kein Trieb, mich wegen jedem kleine Furz testen zu lassen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich geh super gerne ins Kino und nebedroh ist zwar eine Teststelle, Testzentrum, aber die stehen kilometerweit. Und sorry, dann warte ich lieber, bis es beim Streaming-Dienst deiner Wahl draus ist und gucke. Das war heute Geschenk kaufen musste, bei jedem Laden Pesopass. Was so, in jeder Abteilung? Wow. Das ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Ich mein, dass man es im Geschäft machen muss. Ja, okay. Ist saudumm. Müssen wir uns ja drüber nachhalten. Aber vor jeder Abteilung noch mal? What the fuck? Ja, endlich. Gott, diese Rätsel, ich hasse, ne? Komm ich jetzt zurück? Wie, das holt mich hier raus. Hier? Ja, hier sieht sie gut aus. Oh ja, genau so. Was? Man schloss sich zum Beispiel im Einkaufszentrum und ein Bändchen machen, wo du angezogen bekommst. So, dann ist das besser, besser. Ja, das wäre Joachim-Option, stimmt. Das wäre eigentlich gar nicht so doof. Ja, aber, ne? Der Großteil von der Menschheit ist halt einfach dumm. Überleg immer, wie viele, die dann verlieren oder einfach absolut gar keinen Bock drauf haben und dann so, oder behaupten, sie haben verloren. Verstehst du, was ich meine? Und dann gibt's halt auch immer volle, mega schäre Reihe. Aber eigentlich, aber so, vom Grundgedanke her finde ich das eigentlich ach ganz gut, muss ich sagen. Ich mich verarsche, ich war mir jetzt so sicher, ne? Das ist schon wieder was. Was haben die für eine Weihnachtsmeer gut gelöst? Ähm, wie machen sie es denn bei euch? Im Weihnachtsmarkt? Hier muss ich von einer anderen Seite kommen, ne? Ich renne in jeden Drextrainer, ne? Ich glaube, ich wiederhole mich gerne noch immer, die haben nicht mitgekriegt, dass das hier eine Eisarena ist, oder? Weil Schwäß auf dem Weihnachtsmarkt, der so ein paar Ortschaften weiter ist, die haben auch so Verweilecke, oder sowas, ne? Das finde ich halt auch semi-geil, muss ich sagen. Wasserpokémon mit Eisattacke, ja klar. Fuck you, Bojolin! Du hast in ein Abteil, wo es noch ein Trink eingezäunt ist, da gilt 2G. Da haben wir so ein extra Band und der Rest ist 3G auch mit Band. Ja, okay. Ich denke mir aber halt trotzdem, wenn alles draußen ist, finde ich, ist 2G halt total doof, ne? In Innenräumen macht das ja noch irgendwas Sinn vielleicht. Aber außer... Wobei, da kommt wieder dieses Ding zum Tragen. Die Menschheit ist blöd, wenn jeder am anderen halt volle Kahn ins Gesicht hustet, ne? Wenn es egal, ob es drinnen oder draus ist. Flammenwurf, du Mistviech! Bin halt nur Verglühmutter gewesen. Ja, klar, ne? Ich meine, wenn du dann nicht extra einen Tester oder sowas brauchst, gönn dir, dann... Kam hier mal drüberlaufen, kann sich wenigstens den Glühweil holen. Ich verzweifle in der Arena gerade, ne? Es ist so lange her, wo ich das alles gemacht habe. Gott, der mir die fuck mich nur abgeraten. Diese dumme Schneebälle, die sind noch dümmere Kacktrainer. Der noch blödere Wasser-Pokémon, was ist euer scheiß Problem? Der neue Gerät springt halt auch nix, ne? Okay, ich müsste da noch links, ne? So. Jetzt bin ich gespannt. Naja, aber das geht ja nicht. Da habe ich nicht genug Schwung. Das bedeutet, ich muss da hoch. Und wie komme ich da hoch? Nimm schon den Schneeball da oben weg, Tickel. Lass mich mal schon wieder am Hostetisch weiter. Viel Spaß noch. Na, dir auch viel Spaß. Dankeschön fürs Hosten. Und das sehen wir sich bestimmt demnächst noch mal. Bis dann. Schönen Abend. Ich drehe durch. Ich drehe durch mit der Arena. Ey, ganz im Ernst, ich suche mir jetzt so komplett lösen. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Diese Kack Arena. Ohne Witz. Ich hänge doch jetzt eine fünf Stunde ab, nur weil ich zu doof bin. Jetzt muss ich wirklich googeln, Alter. Ich... Oh Gott, ich flipp aus. Ich schaue dich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Erst geht es so. Okay. Okay, dann nach rechts, dann hoch, dann links, aufs Zweite dann runter, dann noch links, dann hier, dann runter, hoch, runter, eins hier, dann dann zwei hoch, eins, zwei an die Kugel, dann noch rechts, dann wieder noch links, dann noch unten, dann nochmal nach unten, links und runter, dann wieder hoch, ein Halt, oh! Aber nur ein Feld, dann noch links, dann hoch nämlich auch, dann noch rechts. Oh, nee, das ist doch Trainerin noch. Ich aber schätze mittlerweile alle. Ach, Mann. Die Nicole. Schneeblick. Jui, Jui. Meine dicke Plauze. So, zum Thema, ne? Vierfach Schwäche, mein Freund. So, dann wieder noch rechts, zum Trainer, hoch, die Treppe. Rechts. Und runter. Und runter. Noch links. So, so, so. Vollgas. So, Rafa. So, Rafa. Und runter wieder aona. Also, da Indigenous. So, Rafa. So, Rafa. Und runter. So, so. auch der ist weil das eine kraft oder sich das ist einfach nur pain die ass das ding gott die romana 1 nieder sich jetzt alle viel zu hoch sind also i level auch der bock jetzt an verterer alter den tuxer über Sehr schön ausgewichen, du Mistkerl. Oh, Nachtnebel. Ah, das Ziel sieht eine Mission richtig schön gemäß dem Level des Anwenders an. Also wäre das jetzt 30. Ja. Wenn es das halt früher gelernt hätte, wäre es richtig gefährlich, ne? So, okay, weiter geht's. Hä? Okay, Trainerin. Unter. Hoch. Hä? Ich check's nicht, ne? Ich hab doch eigentlich alles frei, ne? Ey, probieren wir mal, ob ich es selber in der Tee kriege. Ich muss doch einfach nur... Komplett so, ne? Heilige Scheiße, ey. So. Sind sie alle voll? Ja. So. Siebte Orden. Frieda, ich fordere dich raus. Du möchtest mich also herausfordern, wie? Nichts lieber als das. Ich war doch schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch, ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. It's on. Vier Pokémon. Frieda, alter. Schneebedeck! Dann können wir wegröste. Ich nutz den, um Cerberus schneller zu machen. Ach, der fuck ging dreißig schon, ey. Sneebel. Okay, wir machen uns schneller. Ernstisch Damage haben wir bis jetzt. Kriegen sie in die Hagelkörner. Wie passt denn der an das Konzept, bitte? Probieren wir nochmal Nitro-Ladung. Ich bin mir sicher, ob ich die Attacke viel ausmache, ne? Nein. Ach du Scheiße, nein. Ich hab'n einziges Feuer-Pokémon das richtig gut war verloren. Ich hab'n einziges Feuer. Scheiße. Was stimmt mit der Nanette? Nein, ich habe Cerberus verloren. Ich habe so auf und auf gepasst. Da kommt das Vieh mit einem Durchbruch. Alter, Iceeep. Was? Ach du Kacke. Hi. Hallo. Alles okay? Nein. Was ist? Ich habe meinen Feuer-Pokémon verloren. Charly ist der Nächste. Scheiße. Na ja, was mache ich jetzt? Ich verstehe das jetzt nicht falsch. Aber ich dachte gerade, dass du Schmerzen der Hölle hast. Nein. Tut mir leid. Es ist in Ordnung, dass du keine Schmerzen der Hölle hast. Aber sei so lieb und schau mich nicht mehr so. Ich glaube, das ist das Ende von dem Run, da. Ich war gerade systematisch auseinandergenommen. Kannst du ein paar? Das ist eine Arena, Leute. Das ist eine Arena, Leute. Ich habe mein Bestes Feuer-Pokémon verloren. Und es gibt sowieso nicht viele. Charly ist fast tot. Und Geist ist super nutzlos. Ich könnte ihn zu Batzer an euch schicken, wie ich einfach weggefrore. Alter, jeder der sagt, die sind zu einfach. Der hat einfach keine Ahnung. Ich muss Mr. Talk in der Kampf schicken. Auch wenn er kein Schade macht und nix. Und mein Körperfiel hat es schon weggerissen. Auf dem Weg hierher. Blizzard, ich habe es gewusst. Oh mein Gott, Charly wäre es so... Oh, scheiße. Alter, nein. Das ist doch nicht euer Herz. Es lief doch alles so gut, wie sie her. Natürlich und jeder Blizzard trifft. Das Pokémon, das ist ein vierfache Angriff auf das gegnerische Head. Genau das ist mir drauf. Ach, du scheiße. Ja, noch ein Blizzard. Komm. Blizzard mich weg. Was ist dein scheiß Problem? Jemand ist in deiner AP alle. Ich habe mehr Hypertrink als du, Blizzard. Ich klammer mich an mein Leber jetzt. Ja, und noch ein Blizzard. Oh, ausgewichen. Das ist jetzt blöd, ne? Na, fuck you Funksprung, Alter. Ja, das macht kein Schade. Aber es ist paralysiert. Es ist gut. Und noch ein Blizzard. So. War das der vierte? Oder der fünfte? Übertragen. Gib ihm. Ah, der jetzt macht's Erdbeben. Das ist es. Okay. Jetzt bauen wir da drauf, dass Blizzard die ernstige Eisattacke war. Die ist leer. Erdbeben macht mir nix. Oh Gott. Oh Gott, es geht drauf. Hallo. Ich bin da. Jo. Das ist paralysiert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hat ja... Ach du Scheiße. Hat verfehlt. Ja, ist klar. Hört mich nicht, Leute. Fuck. Jetzt schon. Hey Jan, ich hab erstmal gesagt, cool, du kannst mal die Gedanken lesen. Ich wollte dich gerade anschreiben. Und im Moment kommst du rein. Nice Sache. Aber es hat mir vorhin gemeint. Ja. Ich hab mir vorhin gesagt, dass du um 9 da bist. Ja. Ja, bei uns gibt's später Essen. Äh... DVD? Eiei. Ach ja. Ja, sehr nice. Gedenkenüvertragung. Richtig schön. Du stirbst jetzt. Keine Top Genesse. Eine Million Euro. Eine Million Euro. Eine Million Euro. Was? Ich dachte, das funktioniert vielleicht nochmal. Ach so, ja. Ich hab mich auch verstanden, dass du mir eine Million aufgegeben bist, ja. Hahaha. Ich hab's geschafft. Sie ist tot. Es ist aber kein Sieg. Es ist einfach kein Sieg. Wie viele deine Verrungen sind mir erreckt? Auf dem Weg hierher eins. Und das war nicht mal Schlechtes. Eben ist mir noch eins verreckt. Und das war mein stärkstes Feuer-Pokémon. Und im regulären Spielverlauf gibt es nur eins, das man fangen kann. Und das ist Bonita. Ich hab zwar noch eins, aber das ist auf level 15. Und das andere war ein Hundemon. Das ist halt scheiße. Das war ein erstaunlich guter Kampf. Fick dich, Alter. Aber hey, ich hab Charlie noch. Oh Gott, der wär auch vor Stopps gegangen. Warum hat die Arenaleiterin aus der Eis-Arena ein Psycho-Kampf-Pokémon, das mit Steinhagel angreift? Warum? Hey, aber ich hab ihre Sticker bekommen. Dankeschön für nichts. So. Dann beerdigen wir mal noch schnell Cerberus. Und dann... Ach Gott, ich hätte so viel verliere dürfen, aber nicht den. Jetzt hoffen wir mal, dass wir im Untergrund das Bonus-Pokémon abgreifen können und dass das gut ist, hm? Aber das machen wir beim nächsten Mal. So. So. Dann starte ich mal kurz das Stream neu, dass ich das schön elegant auf YouTube hochladen kann. So, du hast gestreamt? Deswegen bin ich hier im Channel. Und heute ist Dienstag. Und mein komischer Knopf geht da, den ich extra dafür gemacht hab. Ey, es wird immer besser, ne?